Hier bin ich wieder zurück. Final Fantasy Lightning Returns. Mal sehen, was hat der denn zu bieten? Obwohl ich eh nicht mehr so viel Kohle hab, von daher... Ich weiß doch, ich weiß doch, das wird sowieso zu teuer sein. Zinnix, Kamera, Wickeln, Schwierin... Zinnix, Kamera, Wickeln... Zinnix, Kamera, Wickeln... Zinnix, Kamera, Wickeln... Zinnix, Kamera, Wickeln... Vizelnix! Schnelltort die baumsporen sind bestimmt auch noch für irgendeinen auftrag ich bin voll im kreis ich bin jetzt nur so wild in die leere geschlagen weil ich sie nicht sehen konnte die light and shadow dance together Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ach, die vervielfältigen sich immer Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2019 Det 주변 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hier ist noch ein Ruhiger. Oh, da mache ich den aber echt nicht schaden, wenn er erstmal in so einem Stun-Zustand ist. Viele fragen sich wahrscheinlich von euch, warum ich denn nicht einfach Gegenstände verkaufe. Na, ich mag die Ausrüstung und weiß nicht, ob wir nichts verkaufen. Das Licht in deiner Seele ist meine. Und einer kasselt den Hintergrund. Wo bin ich jetzt hier? Ah, ok. Da wo ich eigentlich vermutet habe, dass er wäre. Also der Vater, wie er gesiegt war. Ich bin selbst nicht. Ich bin selbst nicht. Ich bin selbst nicht. Das war's für heute. Okay, dann muss ich hier oben wieder zurück. Wie komme ich jetzt da oben? Wie lang ist er eigentlich, wenn ich da oben komme? Das war's für heute. Ja, wir müssen fisch auf den Metz und beschweren. es ist nicht der hochkommen soll jetzt teleportiere ich mich aber mal das war eigentlich nicht das was ich erhofft habe doch das war das was ich erhofft habe mich jetzt noch kurz irritiert ich bin es ist es ist es ist es es sind Sie sagten, natürlich, ich habe es gehofft, dass ich es zumindest zum Ende des Weltkrieges mache. Aber zumindest konnte ich Medizin für den Angel von Valhalla, aber nicht zu sagen, dass ich es nicht zu sagen habe. Und jetzt habe ich noch eine letzte Tatsache. Oh, ich rammelte wieder. By the way, wenn du mehr Medizin brauchst, dann... Hey, Leif, warum solltest du das zu den Chocobol geben? Das hatte ich natürlich überhaupt nicht vor. Manchmal gibt er einfach Kommentare, ey, die einfach nur selbstverständlich sind. Erstmal will ich die eine Mission auch noch von dem anderen Dabinder erfüllen. ... ... ... ... ... ... Gut so. Ach, ich hab mich trotzdem noch getroffen, du bist. Ach, ich hab mich trotzdem noch getroffen, du bist. Ich frage mich aber, warum ich mich nicht zu dem anderen Dorf teleportieren kann. Hallo? Ja, toll. Ich frage mich, du bist. 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 Ich frage mich. Du hast etwas, wenige Leute können. Du hast etwas, wie du hast, wie du hast. Und du bist immer wieder auf dich. Du hast echt perseveranz. Ich frage mich, was ich schon gesagt habe. Du hast einen großen ... Vielleicht nicht. Aber du bist auch ein Künstler. Und ... ... ... ... ... ... ... jetzt kann ich hier mal ganz gechillt zurück zum dorf ach guck mal die ist zwar von der optik genauso wie die andere aber die heißt jetzt sonnenseeblume das ist mir vorhin noch gar nicht aufgefallen ich hab gar nicht drauf geachtet kann sein dass ich voll in die verkehrte richtung ach das ist direkt vor meiner nase das spiel hier im ruckeln essen werde ich gleich auch mal so rala oh hello i've got some bad Oh, nein. Er hat eine Botschaft, seine letzte Worte. Die Worte. Eine Karte? Meine liebste Frau, wenn diese Worte in deine Hand gefunden hat, dann wird mein Herz verletzt. Aber du wirst mich nicht wieder sehen. Ich wünsche mir, dass du mich entschuldigst. Aber ich konnte mir nicht sagen, diese Worte zu dir in person. Jetzt, ich möchte, dass du das wissen. Die Worte, die wir in dieser Worte sind die besten in der ganzen Wildlands. Jeder, der sie mit ihnen agrees. Sie wissen, warum, meine Frau? Weil du. Du bist derjenige, der sie mich entschuldigt. Es ist alles dankbar zu dir. Als ich sterbe, die Worte passen zu dir. Es ist dein, was du zu tun. Ich frage nur eine Sache von dir. Du kennst die Worte, die ich nachzunehmen? Die, die keine Worte. Bitte. Ich frage mich, dass du sie nachzunehmen. Und das sicherlich. Das ist mein letzte Worte zu dir. Es wird nichts mehr nachzunehmen. Auf Wiedersehen. Meine liebste Frau. Oh, Vater. Oh, Vater. Du bist okay? Ja. Danke für alles. Für mich die Wahrheit. Der Vater ist hier auf der Worte. Nicht weil er es liebte. Aber weil er nicht wollte, mich alleine. Er wollte immer wieder weg. Er ist immer wieder weg. Weg zu diesem Ort und gehen auf eine Reise. Eine Reise? Ja. Nach meiner Mutter. Die Mutter. Sie disappeared lange vor. Aber er glaubt, dass sie alive ist. Und er dachte, dass ich ihn zurückgezogen habe. Du musst nicht denken, so. Aber es ist wahr. Schau, was er geschrieben hat. Es geht einfach über die blöde flower, die nie bloßt. Er kommt praktisch raus und sagt er nicht zu wichtig, was mir passiert, so lange seine herzige flower ist sicher. Was flower? Oh, who cares? He was obsessed with it, you know? Always fussing over it. Even though it never bloomed once. What? It is. It really is. I found it. Unbelievable. Who are you? Why, who cares who I am? Behold, the Serala Rosa, genus Munchius. The flower of legend said to bloom once every 500 years. What? Serala? Yes, yes. Serala Rosa Munchius. In the ancient tongue it means for the love of my daughter. The legend says that any place that it blooms will be blessed with great fortune and prosperity. Forever. I must leave you that so. And write my paper before my rivals beat me to it. Cornelia is my name. And plant biology is my game. Goodbye and good luck. Serala. He must have named you after the flower. For good luck. And prosperity. Yes. Oh, dad. Oh, you can borrow. I'm not. You'll soon get the hang of it. And we've... This planet's cool. There you go. Can you see? Just plant... The better... The better... The better... ...the better... ...there's everyone who missed... ...as will arrive... Ah... ...as will arrive... Das hat wohl gereicht. Ja, unser Party ist fast zu Ende, aber ich lasse ihn ein bisschen länger laufen, weil ich gleich hier noch Schluss machen will. Will er okay? Hm, lass uns mal schauen. Oh, die typische Chocobo-Musik. Und ich fühle mich, als ob es mir alles vorbereitet hat, für diesen Moment. Danke. Cute. Oh, cool. Ich will doch jemanden, der mit mir zusammen kämpft. Komm, du kannst es machen. Wie kann ich denn jetzt halten? Na, egal. Ich werde jetzt erstmal speichern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.